Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 233. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmistress Alexa. Hallo ihr da draußen. Ich freue mich natürlich außerordentlich, dass wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster bei mir ist. Ja und weil verschiedene Anfragen gekommen sind, weil es ganz viele Menschen gibt, die uns scheinbar immer noch neu entdecken, was uns außerordentlich freut. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg nochmal für all diejenigen, die uns zum Beispiel auf YouTube hören. Wenn wir erwähnen, wir haben Links unter die Folgen gepostet, dann müsst ihr auf unsere Homepage hoaxzilla.com kommen, weil wir diese Links nicht unter die YouTube Folgen posten, sondern die findet ihr dann auf unserer Homepage. Gleiches gilt für Menschen, die uns über Spotify hören und sagen, Mensch, wo gibt es denn diese ganzen Quellen, die da erwähnt werden? Auch da können wir sagen, geht auf hoaxzilla.com oder hoaxzilla.de. Beides ist möglich. Und dort könnt ihr dann immer die erwähnten Links und Videos und was wir sonst so erzählen finden oder wenn wir Bücher erwähnen. All das findet ihr auf hoaxzilla.com, weil Hoaxzilla im Kern weder ein YouTube-Channel noch ein Spotify-Kanal irgendwie ist, sondern eigentlich ein ganz klassischer Podcast. Ganz altmodisch. Ganz altmodisch. Und man findet alles wirklich auf der Homepage. Und wenn ihr dann noch Interesse habt und sagt, Mensch, die sagen immer, dass sie finanziell noch ein bisschen knapp sind, wo kann ich denn so einen Euro hinterlassen? Auch diese Information findet ihr auf unserer Homepage. In dem Zusammenhang vielleicht noch ganz kurz. Diese Anfragen kommen zwar nicht allzu oft, aber ganz ab und zu wird mal gefragt, ob es das Forum noch gibt. Leider gibt es das Forum auch seit Jahren oder so inzwischen nicht mehr, weil es einfach unmöglich war, vom Zeitaufwand her es noch aufrecht zu erhalten. Und wenn ihr diskutieren wollt unter den Folgen über das jeweilige Thema, dann könnt ihr das auch unter den Episoden auf der Homepage tun. Genau, das kam gerade wieder auch eine Mail, die ich noch beantworten muss. Ja, das Forum musste nur aus Zeitgründen vor vielen Jahren abschalten. Und letzter Hinweis, die Homepage sieht im Moment anders aus. Das hat einfach technische Gründe. Das alte Theme, was wir benutzt haben, das alte Design, hat es jetzt echt hinter sich gehabt und hat einfach entschieden, nicht mehr funktionieren zu wollen. Und wir haben jetzt so eine Interimslösung gemacht, damit die Homepage auf jeden Fall zu erreichen ist. Das ist nicht der Endzustand, da werden wir weiter daran arbeiten. Aber wir wollten zunächst mal zumindest sicherstellen, dass ihr die Homepage auch finden könnt. Nicht schön, aber selten. Genau, das ist so ein bisschen Hausmeisterei, vielleicht mal zum Einstieg und vor allem diejenigen, die uns irgendwo anders hören und nicht über einen Podcatcher, wie man es typischerweise machen kann. So findet ihr alle erwähnten Informationen. Ja, und dann machen wir doch erstmal weiter. Die Story der Woche Die Story dreht sich diesmal, ich weiß gar nicht warum, rein zufällig um NASA-Raummissionen. Und zwar eine recht menschliche Vorrichtung, die Raumanzüge für Astronauten bereithalten musste. Es geht um den Urinbeutel. Der Raumanzug, in dem die Astronauten ja wirklich viel Zeit verbracht haben, musste auch irgendwie dafür sorgen, dass Urin aufgefangen werden konnte und dass das nicht irgendwie irgendwo hingelangt, wo man es nicht unbedingt haben will. Kurzum, man hat da im Raumanzug einen Beutel gehabt und dieser Beutel musste eine, durch eine kondomartige Vorrichtung am entsprechenden Körperteil des Astronauten befestigt werden, um es mal so ganz vorsichtig zu umschreiben. Damit unser Podcast vielleicht doch noch ein bisschen familienfreundlich bleibt. Und diese Vorrichtung kollidierte zum Teil doch etwas mit dem Ego der Astronauten. Denn diese Vorrichtung, diese kondomartige Vorrichtung zur Verbindung zum Urinbeutel gab es in verschiedenen Größen. Small, Medium, Large. Das kennt man ja aus der Bekleidungsindustrie. Nun ist das nicht besonders schmeichelhaft, wenn der Astronaut vorher dieses Setup zusammenstellen muss, wenn er dann den Tatsachen ins Auge blicken muss und dann die kleinste Größe, also Größe Small, auswählen muss. Das wollte kaum einer. Und deswegen hat man sich kurzum entschlossen, da andere Bezeichnungen zu verwenden. Also statt Small, Medium, Large, sowas wie Groß, Größer, am Größten, um es mal so ganz grob zu übersetzen, damit die Astronauten sich so ein ganz bisschen gebauchpinselt fühlen und das nicht so peinlich ist, die ganze Geschichte. Wenn das denn stimmt, was ich gerade erzählt habe. Da könnt ihr jetzt mal überlegen. Genau, das werden wir aber am Ende der Sendung nochmal aufklären und machen dann jetzt mit Geschichten rund um den Mond mal weiter. Thema der Woche Ja, natürlich stehen auch wir von Hoaxilla unter dem Eindruck des 50. Jubiläums der Landung von Menschen auf dem Mond. Aber wir haben gedacht, nachdem wir die Medienberichterstattung der letzten 14 Tage natürlich nachverfolgt haben, Auch wir könnten uns jetzt in einer Folge Verschwörungstheorien annehmen und nochmal erklären, warum der Mensch auf dem Mond gewesen ist oder nicht. Wir können aber auch genauso gut den Vortrag von Holm Hümmler verlinken, der das wunderbar aufbereitet hat und ihr könnt beliebig, glaube ich, jetzt jeden Radiosender euch einmal anhören. Die haben alle was in der Audiothek, was viel, viel schöner ist und was uns viel mehr beschäftigt hat und vor allen Dingen mich, weil ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Mondlandung und Rennen ins Weltall beschäftige, sind die Space Oddities. So haben wir nämlich dann auch unsere Folge gelernt. Also verrückte Geschichten rund um die NASA-Missionen, rund um die Raumfahrt. Denn also wir bei Hoaxilla, wir legen ja Wert aufs Geschichtenerzählen und wir haben immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen betont, wie wichtig das ist für Menschen zu erzählen. Und zum Zweiten, wie aufregend, spannend, umwerfend, komisch und einfach nur völlig abgefahren die Realität sein kann. Und insofern liegt es natürlich total nah, dass wir euch heute in dieser Folge mal ausnahmsweise nicht über Verschwörungstheorien aufklären, sondern total verrückte, crazy Geschichten rund um die Raumfahrt erzählen. Und zwar Geschichten, die sich wirklich so belegen lassen und für die es auch entsprechende Quellen gibt und die trotzdem, ja, also bei manchen Sachen, da habe ich echt mich halb kaputt gelacht, wenn ich die gelesen habe. Und vieles, vieles, bei dir vielleicht nicht so sehr, aber bei mir war es so vieles, vieles habe ich auch zum ersten Mal gelesen, jetzt für die Recherche zu dieser Folge. Und wir hoffen, dass da Sachen dabei sind, die euch genauso stutzig machen, zum Lachen bringen oder einfach nur überraschen. Ja, und was auch sehr, sehr schön ist, was glaube ich selten vielleicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass wir, also was heißt, was selten erwähnt wird, das ist Quatsch, aber wir reden ja hier bei einem Zeitraum von ja fast einer Dekade Technologieentwicklung und zwar von zwei Großmächten. Natürlich ist unser Fokus sehr, sehr stark immer auf die amerikanische Raumfahrt gerichtet, aber natürlich gab es auch in Russland ein Programm, das war das Rennen ins Weltall, das sogenannte Space Race. Und das Problem bei dem russischen Mondlandeprogramm war ja letztendlich, dass über viele, viele Jahre eine absolute Geheimhaltung geherrscht hat und vieles von dem, was in Russland passiert ist, erst deutlich später überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und wir haben uns auch ein, zwei Geschichten nochmal herausgesucht, die wirklich vielleicht nicht jeder kennt, die aber zeigen, wie eng doch auch das Rennen zum Mond immer noch geblieben ist. Und ab wann tatsächlich dann, ja, doch deutlich wurde, dass die Amerikaner dort das Rennen gewinnen werden und in diesen, sagen wir mal, zehn Jahren, also 61 ja letztendlich, die Rede von John F. Kennedy, der dann sagte, dass das Ziel sein soll, einen Menschen zum Mond zu bringen. Und wieder sicher auf die Erde zurückzuholen. Das sind dann ja, sagen wir mal, acht Jahre gewesen, aber insgesamt war natürlich Raumfahrt schon länger ein Thema bei den beiden Großmächten. Und interessant übrigens als erstes kleines Titbit, es war gar nicht klar, was das Ziel dieses Rennens sein sollte. Es gab nämlich mehrere Optionen. Es war technisch zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich deutlich, was man überhaupt machen kann. Es gab mehrere Sitzungen im Weißenhausen, denen sich gerne die beraten ließ und gesagt hat, was wollen wir denn überhaupt als Ziel machen? Wollen wir eine Sonne zum Mond bringen? Wollen wir den Mond mit Menschen umrunden? Oder könnten wir sogar eventuell einen Menschen auf dem Mond landen lassen? Das heißt, es wurde sehr genau überlegt, was sollte denn dieses Ziel sein? Und es war schon auch geprüft worden, ob das überhaupt realistisch sein könnte. Zumal er dann ja, wir haben jetzt vor einiger Zeit das große Glück gehabt, den Apollo 11 Film im Kino sehen zu können. Absolut empfehlenswert, wer das machen kann, bitte unbedingt gucken. Kennedy dann ja später in seiner Rede auch ziemlich spezifisch ist. Da habe ich mich auch gewundert. Da war nämlich auch ein Audioausschnitt aus dieser oder aus einer Rede von Kennedy zu hören, wo er sehr, sehr genau technisch beschreibt, was sie vorhaben. Also mit welcher Geschwindigkeit sie dann fliegen, wie groß die Rakete ist und so weiter. Also wirklich ganz viele technische Details. Das heißt also, man hat tatsächlich entsprechend geplant, den Präsidenten natürlich gebrieft und mit ihm zusammen entschieden, was man eigentlich will. Wir müssen vielleicht einmal noch auch aus deutscher Sicht vielleicht, auch wenn das etwas unangenehm ist, natürlich auch nochmal anmerken, dass der treibende Faktor bei dem amerikanischen Apollo-Programm dann letztendlich und bei der Mondlandung sicherlich Werner von Braun gewesen ist. Der Konstrukteur, der unter anderem ja auch für die V2-Raketen in Deutschland dann letztendlich verantwortlich gezeichnet hat. Operation Paperclip. Genau, genau. Er ist also ja von den Amerikanern rübergeholt worden und man muss ganz klar sagen, dass hier Amerika das mit der Propaganda sehr gut genutzt hat. Denn die Verstrickungen von Werner von Braun im Dritten Reich sind, sagen wir mal, neutralisiert worden für die amerikanische Öffentlichkeit. Heute weiß man, dass Werner von Braun sehr wohl gewusst hat, dass Zwangsarbeiter arbeiten und auch unter grausamsten Bedingungen diese Raketen für das Dritte Reich gebaut haben und er das in Kauf genommen hat und gewusst hat, sodass man vielleicht diesen kleinen Dämpfer doch nochmal setzen muss. Aber sicherlich war er derjenige, der mit seinen Konstruktionsentwürfen der Raumfahrt Vorschub gegeben hat. Eine andere Figur, die wenig thematisiert wird. Ja, genau. Vielleicht ein kurzer Einwurf, die Operation Paperclip und die Beteiligung von Werner von Braun in diesen technischen Missionen, die man da durch die Amerikaner erkennen kann in der Geschichte. Hat natürlich auch so als Baustein eines Narrativs dazu geführt, dass leider braune Esoteriker heute noch, also Rechtsesoteriker heute noch die technische, also die angebliche technische Überlegenheit des Dritten Reichs verklären. Das sind natürlich alles so Bausteine, die eben zu dem Narrativ, was wir leider heute noch in diesen Kreisen finden, mitgeführt haben. Und gerade die Operation Paperclip, wer das Interview mit Dr. Axel Stoll noch in Erinnerung hat, spielt da ja auch eine gewisse Rolle und ist so ein kleines Zahnrädchen in diesem Kreis von Verschwörungstheorien heute. Vielleicht das nochmal so ganz kurz am Rande. Auf der anderen Seite in Russland, wir haben zum Beispiel in Folge 178 schon mal einen Blick in die russische Raumfahrt geworfen und haben über Lunokhod berichtet, dem Mondrover der Russen, der ja auch wenig bekannt ist, kann man sich gerne auch nochmal anhören. Die Episode zum Lunokhod, auch eine spannende Geschichte, aber als Gegenpoet, so Werner von Braun, dann Sergej Koroljov als Genosse, Konstrukteur, ich glaube Oberingenieur, er hatte so einen Codenamen. Das heißt, man wusste gar nicht den Namen von Koroljov, unter Stalin in den Säuberungsaktionen ins Gulag verfrachtet, als Feind des neuen Staates deklariert, mehrere Jahre dann im Gulag, im Zwangsarbeitslager musste Koroljov arbeiten. Und als es deutlich wurde, dass die Amerikaner mit der Kriegsbeute, und zwar einmal auf der technischen Ebene, also wirklich Blaupausen und aber auch den Konstrukteuren, nämlich Werner von Braun, aus Deutschland abgereist sind, wurde den Russen bewusst, oha, jetzt müssen wir auch agieren und wir müssen schauen, ob wir ebenfalls diese Konstruktionsentwürfe verwerten können, die die Deutschen entwickelt haben. Und man entschied sich dann tatsächlich, Koroljov wieder aus dem Gulag herauszuholen, damit er wieder erneut als Konstrukteur für Raketentriebwerke arbeiten kann. Eine sehr, sehr interessante Geschichte, Koroljov zu dem Zeitpunkt dann aber gesundheitlich schon so angeschlagen, dass er ja auch am Ende das Rennen ins Weltall nicht überlebt hat, sondern einer Krebserkrankung dann am Ende auch verstorben ist, vorher aber auch schon sehr, sehr schlechten Gesundheitszustand hatte. Und es gibt viele Stimmen, die bis heute nach Sicht, nach vielen Jahren und Durchschau natürlich der Dokumente, die man dann bekommen konnte, irgendwann mal sagen, dass es spannend gewesen wäre, wenn Koroljov bei besserer Gesundheit gewesen wäre und vielleicht schneller hätte entwickeln können in Russland, als das der Fall gewesen ist. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, vielleicht bleiben wir auf der russischen Seite, nämlich ein Beispiel, was... Also wie knapp so dieses Rennen gewesen ist, also es gibt tatsächlich, das war mir zum Beispiel auch neu, eine Parallelmission der Russen zu Apollo 11. Also als Apollo 11 sich gerade daran machte, auf dem Mond zu landen, gab es auch eine russische Mission, die ganz in der Nähe war. Genau, lass uns aber noch eine Mission, also nicht eine Mission, aber lass uns nochmal einen Schritt nochmal weiter zurückgehen. Du sprichst von Luna 15, da werden wir gleich drüber sprechen. Das ist nämlich Kopf-an-Kopf-Rennen tatsächlich. Sehr interessant finde ich die ZOND-5-Missionen. ZOND, eine Reihe von interplanetaren Sonden, die die russische Raumfahrtsbehörde entwickelt hatte, die zum Teil zum Venus geflogen ist, zum Teil zum Mars geflogen ist, aber auch heimlich Vorbereitung für eine Mondlandung natürlich mit begleiten sollte. Die Russen haben das immer gestreut, das heißt, die haben dann auch so eine Sonde mal zum Mars und mal zur Venus geschickt, damit nicht so ganz deutlich ist, wo es hingeht. Man sieht schon, wie aktiv eigentlich diese Zeit gewesen ist. Die haben also auch schon Sonden zur Venus zum damaligen Zeitpunkt geschickt. ZOND 5, darum sollte es aber gehen, ist eine Sonde gewesen, die 1968 im September nämlich gestartet ist. Und diese Sonde hat tatsächlich den Mond umrundet und ist zur Erde zurückgekehrt und dann gewassert. Das Abgefahrene daran ist, dass es sogar ein Lebewesen gab. Das heißt, das erste Lebewesen, was den Mond umrundet hat, oder in dem Fall waren es sogar zwei, war eine Schildkröte. Und zwar zwei russische Schildkröten, die an Bord von ZOND 5 sich befunden haben und auf die Reise geschickt wurden. Sie haben die Wasserung überstanden. Man hat sich nach Auswertung der Daten, war man sich dann sicher, dass das Raumschiff so steil in die Erdatmosphäre eingetreten worden ist und so hart aufgeschlagen ist, dass Menschen die Landung wahrscheinlich überlebt hätten, aber wahrscheinlich gebrochene Knochen gehabt hätten nach dem Wiedereintritt und nach der Landung der ZOND-Sonde. Die Schildkröten hatten das Problem nicht. Sie haben sich in ihren Panzer zurückgezogen. Ja, so nach dem Motto. Sie hatten Gewicht verloren, weil sie offensichtlich ja keine Nahrung erhalten haben an Bord der Sonde. Über Tiere und Raumfahrt könnte man auch nochmal eine ganz eigene Sendung machen. Da haben sich auch die verschiedenen Nationen nicht so wirklich mit Ruhm und Ehre bekleckert. Aber sei es hingestellt, diese beiden Schildkröten haben den Flug überlebt und das zeigt schon, dass die Russen bereits 1968 in der Lage waren, eine Sonne zum Mond zu schicken und sogar mit Lebewesen an Bord. Wo wir gerade bei Tieren und Space Race waren, was aus Leica tatsächlich geworden ist, weiß jeder, der die Marvel-Filme natürlich gesehen hat, hier mal so als kleine Anspielung am Rande. Wir wissen alle, wo Leica dann letzten Endes gelandet ist, beim Collector nämlich. Genau, wir wollen das aber jetzt, wir wollen ja nicht spoilern natürlich. Natürlich, aber dieses Zond-Sonde zeigt natürlich ein Stück weit, wie eng das Rennen war und zeigt auch, warum natürlich die Amerikaner nach wie vor mit Druck am Programm, Apollo-Programm festgehalten haben. Und zeigt dann auch ganz kurz nochmal den Bezug zu Apollo 8. Apollo 8 war eigentlich eine Mission, die in der Erdatmosphäre verbleiben sollte. Apollo 8 ist gestartet am 21. Dezember 1968. Man hat dann aber irgendwann auch mit Spionagefotos auf der Startplattform in Russland eine riesige Rakete stehen sehen. Vermutlich wusste man auch von dem Zond-Programm und wusste das also schon eine Schildkröte. Und die Kapsel bei Zond war so, dass man da auch einen Menschen hätte reinsetzen können. Also es war jetzt nicht klein, sondern das Raumschiff per se, die Zond-Kapsel hätte Menschen transportieren können von der Größe her. Und man wollte auf gar keinen Fall den Russen zugestehen, dass sie auch den ersten Menschen haben, der den Mond umkreist hat. Sie hatten den ersten Menschen im Weltall mit Gagarin, sie hatten mit Leonov den ersten Menschen, der einen Weltraumspaziergang hatte. Und man wollte auf jeden Fall verhindern, dass auch die erste Mondumkreisung, die Rückseite des Mondes zu sehen, auch durch Russland erreicht wird. Und das hat dazu geführt, dass Apollo 8 dann ja von der Missionen-Design umgestrickt wurde, relativ kurzfristig für Raumfahrt in Anführungsstrichen. Und man entschied dann, dass Apollo 8 den Mond umrunden sollte. Vor allem im Hintergrund, dass man nicht riskieren wollte, dass dies den Russen gelingt. Und da sieht man schon im September die Zond-5-Mondumkreisung mit Landung, die natürlich von den Amerikanern festgestellt wurde. Das heißt, die Sonne hätte in Kasachstan landen sollen, ist aber vom Kurs abgekommen, ist notgewassert, wurde von russischen Militärschiffen aufgesammelt. Und natürlich waren da auch ganz zufällig amerikanische Militärschiffe, die natürlich beobachtet haben, was die russischen Militärschiffe da so machen. Und das war natürlich völlig klar. Wir können auch gerne mal was zu Funksprüchen und solchen Geschichten mal erzählen. Da kommen wir noch dazu, ja. Sodass den Amerikanern völlig klar war, verdammt, die haben jetzt schon eine Sonne um den Mond geschickt und da steht eine riesen Rakete. Wahrscheinlich sind die kurz davor, den Menschen zum Mond zu schicken. Und das zeigt dann die Reaktion, Apollo 8 musste den Mond umrunden. Also man hat sich da wirklich, also diese beiden Supermächte haben sich gegenseitig immer weiter nach vorne geschubst und immer weiter angetrieben, diese Space Race doch schneller zu entscheiden. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ich frage mich, ob das nicht letzten Endes, also so schwierig diese Zeit gewesen ist, auch gut gewesen ist, dass da so ein großer Konkurrenzkampf gewesen ist. Weil die technischen Lösungen, die dann her mussten, doch sehr, sehr viel schneller entwickelt wurden, denke ich. Als wenn man gesagt hätte, okay, komme ich heute nicht, komme ich morgen. We'll get there when we get there, so nach dem Motto. Weil, ne? Das ist eh nicht so der zeitliche Druck da. Ja, natürlich sind das jetzt die, sagen wir mal, friedvollen Aktivitäten, die zu diesen technischen Entwicklungen geführt haben. Im Kern ging es natürlich darum, Vormachtstellung und Raketen benutzt man ja erstmal, also hat man hier benutzt, um Menschen und Lebewesen ins Weltall zu bringen. Aber es war natürlich auch der Hintergrund, dass man Atomsprengköpfe um die Erde herum genau platzieren wollte und abwerfen wollte. Wenn wir jetzt vielleicht doch langsam zu Luna 15 kommen, dann ist das aber auch ein Beispiel dafür, dass man zumindest auf so ganz praktische, notgedrungene Art und Weise dann auch mal zähneknirschend mehr oder weniger zusammengearbeitet hat. Oder sich nicht so sehr gegenseitig behakt hat, dass es für beide Missionen ja schwierig geworden wäre. Denn diese beiden Parallelmissionen, Apollo 11 und Luna 15, waren dann letzten Endes so eng beieinander und so miteinander verwoben, das werden wir sicherlich gleich nochmal genauer ausführen, dass die Russen den Flugplan von Luna 15 tatsächlich veröffentlicht haben. Und damit auch den Amerikanern natürlich zugänglich gemacht haben, damit eben diese beiden Missionen sich nicht so in die Quere kommen, dass eben alles scheitert oder vielmehr die Gefahr aus Sicht der Russen für Luna 15 zu groß wird. Vielleicht noch ein kleiner Fakt zu Apollo 8. Ich habe ja gerade schon gesagt, am 21. Dezember 1968 gestartet. Tatsächlich sind die um Heiligabend herum dann auch wirklich um den Mond herum geflogen und haben, um diesen besonderen Anlass zu zelebrieren, aus der Schöpfungsgeschichte, aus der Bibel vorgelesen. Das war dann ein bisschen problematisch, weil eine bekennende Atheistin in den USA die NASA verklagt hat und gesagt hat, das würde ja wohl gar nicht angehen, dass jetzt hier der christliche Glaube einem aufgedrückt würde, auch noch von Steuergeldern bezahlt. Die Astronauten, die also zum Mond geflogen sind, erzählen jetzt was von der Schöpfungsgeschichte. Die Klage ist dann letztendlich nicht durchgedrungen, war eher eine Fußnote. Allerdings tatsächlich hat die NASA von dort an dann dafür gesorgt, dass jegliche Idee von christlichen Bezügen oder Bibelzitaten bei besonderen Ereignissen rund um die Mondlandung zu unterbleiben oder unterlassen sind. Und ganz interessant dabei, deswegen dann auch erst viel, viel später bekannt geworden, was Buzz Aldrin nämlich nach der Mondlandung gemacht hat. Er hat nämlich eine heilige Kommunion gefeiert tatsächlich und das wurde dann natürlich nicht mehr referenziert, das heißt also nicht an die große Glocke gehängt, aber ihm war es scheinbar doch wichtig, irgendwie so ein Ritual zu vollziehen, auch ein christliches Ritual zu vollziehen, was ihm ja sehr angemessen erschien in diesem Zusammenhang. Er hat dann allerdings, das ist dann später auch bekannt geworden, in einem Zitat gesagt, ja er sei sich gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt so eine tolle Idee gewesen wäre, weil er nämlich dann hinterher sagte, Ja, wenn ich jetzt die Chance hätte, das alles nochmal zu machen, wäre ich mir nicht sicher, ob ich wirklich nochmal diese heilige Kommunion feiern würde, weil das für mich zwar eine wahnsinnig wichtige Erfahrung gewesen ist, aber dass wir natürlich im Namen aller Menschen, nicht nur der Christen, sondern auch der Juden, der Muslime, der Agnostiker, Atheisten, der Animisten, Buddhisten, wie auch immer, auf den Mond geflogen sind oder zum Mond geflogen sind. Und natürlich dementsprechend auch das nicht christlich unbedingt besetzen wollten. Also dieses Zitat kann man im Netz nachgucken. Er hat das hinterher nochmal so ein bisschen relativiert, aber in dem Zusammenhang, in der Situation war es ihm wohl wichtig. Er hatte auch noch Plato und Messwein dabei, muss man sich auch mal vorstellen, in seinem kleinen Privatpaket, um genau das zu feiern. Also da sehen wir schon viele, viele kleine Fakten rundherum, die man heute ein bisschen verliert, weil es einfach auch 50 Jahre schon her ist, der ganze Kram. Oder in dem Fall sogar 51 Jahre. Aber Alexa, du hast vorhin schon einmal Luna 15 angesprochen. Ja, eine unbemannte Mission der Russen, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Proben vom Mond zu nehmen. Parallel zur Apollo 11 Mission fand das Ganze statt und zwar zeitlich so arg parallel und auch in räumlicher relativer Nähe, dass man doch zähneknirschend irgendwie sich so weit austauschen musste, dass die Gefahr eben für die Mission nicht zu groß wird. Die Russen haben in dem Zusammenhang die Flugpläne von Luna 15 veröffentlicht, also auch den Amerikanern zugänglich gemacht, damit eben man sich da irgendwie so ein bisschen absprechen konnte und das nicht irgendwie so zur großen Katastrophe kommt. Wobei ja Luna 15 jetzt auch nicht so erfolgreich gewesen ist. Nee, Luna 15 war sicherlich aber der letzte verzweifelte Versuch der Russen, das Race to Space noch zu gewinnen. Denn es sollte eine unbemannte Sonde sein, die vor den Amerikanern Mondgestein zurück zur Erde bringt. Das war der Missionsplan von Luna 15. Und während die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond waren, sollte dann Luna 15, die zu dem Zeitpunkt schon, ich meine, an die 40 Mondumrundungen hinter sich hatte. Das heißt, die ist also schon eine ganze Zeit lang um den Mond in einer Umlaufbahn unterwegs gewesen. Sollte sie dann landen, sie ist dann letztendlich bei der Landung vermutlich abgestürzt. Man vermutet heute, dass sie in eine Bergkuppe oder eben an einen aufgehäuften Kraterrand, wie auch immer, eingeschlagen ist und danach eben der Kontakt verloren gegangen ist. Sodass dieser letzte Versuch, die Amerikaner noch zu schlagen und als erste Nation Mondgestein zurückzubringen, dann am Ende doch gescheitert war. Der russischen Raumfahrtbehörde oder der russischen Weltmacht, in dem Fall muss man ja schon sagen, der UDSSR. Was man aber sicherlich nochmal sagen kann zum Thema Verschwörungstheorie ist natürlich, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn man denn in der Lage war, die Signale zu empfangen, man parallel die Funksprüche von Apollo 11 hören konnte. Und zwar natürlich mit der Laufzeitverzögerung, die man braucht zum Mond hin. Das ist ja alles mit ein bisschen Verzögerung, weil das Signal dann ein bisschen unterwegs ist im All. Und man aber auch parallel dazu tatsächlich Luna 15 hören konnte. Das heißt, hier war völlig klar zu dem Zeitpunkt, du hast auch gesagt, die Russen haben dann ja gesagt, wir haben da was hingeschickt, dass zwei Signale unterwegs sind. Und damit war natürlich auch der NASA, die natürlich auch Luna 15 gehört hat, klar, dass die dort eine Sonde haben. Russland hat natürlich gerne seine ganzen Missionen immer heimlich abgewickelt und über die Erfolge berichtet. Amerika war da deutlich offener und bei Apollo 13 hat es ja eben dazu geführt, dass auch die ganze Welt letztendlich mitgelitten und mitgefiebert hat, als es dann das Problem an Bord von Apollo 13 gegeben hat. Aber da wird auch nochmal deutlich, dass so richtig geheim oder verschwörerisch das gar nicht sein konnte. Denn spätestens dann, wenn es am Mond war und alle Teleskope auf die Radiosignale ausgerichtet waren, man dann schon mitkriegte, dass irgendwas anderes da offensichtlich auch noch sendet. Alles gefälscht. Natürlich, für die Verschwörungstheoretiker behaupten natürlich. Wo wir gerade bei Funksprüchen waren, vielleicht können wir in diesem Zusammenhang ganz kurz erwähnen, dass der Funkverkehr, der ja wirklich, wie wir jetzt gerade auch gehört haben, erstmal durch jeden, der das empfangen konnte und wollte, nachprüfbar war. Und dann natürlich auch sowieso von öffentlichem Interesse war. Also die Astronauten, die unterwegs waren, auch bei den Apollo-Missionen, auch ein bisschen länger unterwegs waren, da alle möglichen Missionen ausgeführt haben, standen die ganze Zeit natürlich unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Und das betraf natürlich vor allem alles, was sie da so gesagt haben, was sie so zurückgefunkt haben zur Erde. Und das war für die NASA teilweise ein ziemliches Problem. Und das ist auch so eine Geschichte, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, dass das ein Problem sein könnte. Die Astronauten des NASA Space Program waren die absoluten Aushängeschilder der Nation. Das waren Männer, die meistens verheiratet waren, so ein gewisses Saubermann-Image hatten, also die typischen amerikanischen Helden, die man so haben wollte. Und die natürlich auch von der Presse und der Öffentlichkeit zu Helden stilisiert worden sind. Ja, 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 klar, aber natürlich auch gewollt. Na klar. Das hat man nicht nur Billington in Kauf genommen, das hat man auch so ein bisschen so haben wollen. Genau. Wenn jetzt diese Männer aus allen möglichen Gründen anfangen, auf ihren Missionen herumzufluchen und sich einer Sprache zu bedienen, die nicht unbedingt diesem Image zuträglich ist, dann ist das für die NASA ein Problem. Es gab da zum Beispiel bei Apollo 10 einen Vorfall, der einen gewissen Colonel Tom Stafford betraf, der also nun mit dem LAM irgendwie durch die Gegend geflogen ist. LAM steht für Lunar Excursion Module, das heißt, das ist die Mondlandefähre gewesen. Und Apollo 10 war tatsächlich das sogenannte Dress Rehearsal, das heißt, da ist tatsächlich die Mondlandefähre abgedockt bis auf 5000 Fuß, bitte alle Leute, die sich noch besser auskennen, jetzt mich nicht totschlagen in den Kommentaren, auf die Mondoberfläche runtergegangen und dann aber wieder hochgeflogen. Das heißt, das letzte Stück, die Landung haben sie nicht durchgeführt und LAM halt... War mehr so eine Aufklärungsmission, wenn man so will. Also dieser Tom Stafford ist da also rumgeflogen und hat dann einen sehr, sehr leicht wiederzuerkennenden Krater entdeckt, einen riesigen Krater, Sensorenus A und hat dann natürlich auch zurückgefunkt, dass er den gerade gesehen hat und stand wohl so unter dem Eindruck dieses gigantischen Kraters, dass er sagte, I've got Sensorenus A right here, bigger than shit. Und es war im Mission Control Center wohl gerade ein Reporter mit dabei, der sich das Ganze also angehört hat und der hat sich dann an den anwesenden Astronauten Jack Schmidt gewandt und hat gefragt, Was hat Colonel Stafford da gerade gesagt? Und Schmidt hat ziemlich schnell reagiert und dachte irgendwie, okay, bigger than shit können wir uns irgendwie nicht leisten vom Image her und hat dann gesagt, He said, oh, there's Sensorenus, bigger than Schmidt. Und hat also versucht, diesen Slip of the Tongue sozusagen so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als sei das Ganze also weiterhin familienfreundlich. Das war also die eine Geschichte, da konnte man das noch irgendwie so ein bisschen verhindern, dass da irgendwie das Saubermann-Image beschädigt wird. Es gab aber wohl bei den Apollo-Missionen einen Astronauten, der dafür bekannt war, dass er mal blumige Worte benutzt hat, wenn er nichts anderes gefunden hat auf den Missionen und der also wirklich zum Fluchen neigte. Und da hat man dann, das finde ich also mehr als abgefahren, beschlossen, ihn vor der Mission zu hypnotisieren und so zu beeinflussen, dass er, immer wenn er die Tendenz hat, fluchen zu wollen, doch lieber herumsummt. Und der Witz ist, es ist nie wirklich bekannt geworden, welcher Astronaut das gewesen ist, den man da hypnotisiert hat. Aber es gab einen unter ihnen, nämlich Commander Pete Conrad, der schon zu hören ist im Funkverkehr, dass er mal herumgesummt hat, so dummdi-dum-dum-dum und so weiter. Und man vermutet oder man kann vermuten, dass er wohl der wahrscheinlichste Kandidat für diese Hypnose-Aktion gewesen ist. Also die NASA hat wirklich alles mögliche versucht, um die Missionen sauber zu halten. Ich sage jetzt wirklich auch mit Bedacht sauber, weil mit dem Sauber hat es auch in anderen Zusammenhängen manchmal nicht so ganz geklappt. Lass mich gerade, ja, lass mich gerade noch zum Fluchen was sagen. Also auch sehr, sehr abgefahren, diese Geschichte. Wo das dann nicht funktioniert hat, war Apollo 16. Genau. Da gab es dann tatsächlich jemanden, nämlich John Young, der... Das meinte ich gerade. Das F-Wort. Achso, das meintest du. Also mehr so Gacious. Ja. Der tatsächlich, ja, das F-Wort offensichtlich zweimal benutzt hat. Und er hat es benutzt, weil er an, ich glaube, das gängigste Wort wäre jetzt Flatulenzen leiden musste. Und er war nicht der Einzige auf der Mission von Apollo 16, der an Flatulenzen litt. Was war der Hintergrund? Sie sollten einen bestimmten Orangensaft trinken, der mit Potassium versetzt war. Also Potassium ist Kalium, das heißt also Orangensaft, der zusätzlich mit Kalium versehen war. Warum war das nötig? Es war nötig, weil man bei Apollo 15 bei zwei der Astronauten Herzunregelmäßigkeiten festgestellt hat. Die Astronauten hatten ja typischerweise die ganze Zeit ein EKG angeklebt, sodass der Flight Surgeon, der Arzt auf der Bodenstation den Herzschlag kontrollieren konnte. Und da gab es also offensichtlich bei Apollo 15 Unregelmäßigkeiten, die man dann hinterher auf Kaliummangel zurückgeführt hat. Die Konsequenz war daraus, dass man sagt, man trinkt Orangensaft mit viel Kalium, damit das nicht wieder auftritt. Nebenwirkung leider Blähungen. Und John Young hat sich dann also sehr aus... Da oben im Weltraum ist das sicherlich sehr, sehr unangenehm. Die haben halt einen Anzug angehabt auf dem Mond. Das war so ein bisschen das Problem. Und er hat sich dann darüber beschwert, dass eben die Früchte aus Florida ihnen da Probleme bereiten. Und das hat dann auch wiederum ganz amüsante Wellen geschlagen, weil natürlich dann politisch Verantwortliche für den Staat Florida sofort eingesprungen sind und gesagt haben, Moment mal. Nicht unsere Staatsfrucht sorgt für Blähungen, die ist nämlich total gesund und super für euch. Sondern es liegt hier am Potassium, also am Kalium, was zugesetzt wurde. Und das ist auch so ein kleines Nidbit, dass tatsächlich dann dieser Orangensaft, dieser versetzte, also dieses Getränk, ich meine sogar, das war so ein Konzentratgetränk, aber dazu geführt hat, dass Blähungen an Bord, also am Schwan. Das finde ich so eine so schöne Anekdote, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen auf dem Mond, auf der Mondoberfläche sich befinden und dann trotzdem immer noch Menschen sind und mit solchen Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Weil man entschieden hat, die müssen mehr Kalium zu sich nehmen, dann sollen die diesen Saft mit Kalium trinken. Also das zeigt halt so hochtechnisch, wie das war, das war irgendwie alles immer so ein bisschen flying by the bottom of the pants. Ich meine, das sind absolute Profis, viele von ihnen, nicht alle, vom Militär, Testpiloten, also völlig im Prinzip mit allen Wassern gewaschen. Und wenn man den Apollo 11 Film anguckt und sich dann, da wird also gesagt, wie der Herzrhythmus ist, wie der Herzschlag ist, der Puls beim Start bei den drei Astronauten und wie ruhig die geblieben sind, das ist wirklich ein absolutes Wunder. Da ging auch wirklich so ein Raunen durchs Kino. Zum Beispiel Neil Armstrong beim Start der Saturn einen Puls von 110. Das ist irgendwie so ein guter Workout-Puls, aber mehr auch nicht. Also das waren wirklich absolute Profis und trotzdem sind diese Apollo-Astronauten total menschlich. Das heißt nicht nur die Apollo-Astronauten, auch die Gemini-Astronauten, also alle, die da an diesem Space-Programm irgendwie beteiligt waren. Und wenn dann zum Beispiel solche Dinge passieren, wie das Urinbeutel zerplatzen und ähnliche Dinge, dann sind die natürlich menschlicherweise auch so ein bisschen berührt. Also ich meine, das ist natürlich nichts, was jetzt eine Mission komplett ins Chaos führt, aber es beeinträchtigt natürlich so ein bisschen alle, die da beteiligt sind und ein ohnehin technisch sehr, sehr aufwendiges und schwieriges Vorhaben gerade in die Tat umsetzen. Du, jetzt hast du gerade schon gesagt, geplatzter Urinbeutel und natürlich haben wir auch darüber eine kleine Geschichte. Ich habe das nicht einfach nur so erwähnt. Das ist, ob es so gedacht wäre, es handelt sich hier tatsächlich um Gemini 7, die Mission, das Gemini-Programm, der direkte Vorgänger des Apollo-Programms, das im Wesentlichen auf Andock-Manöver ausgerichtet war und auf Langzeitaufenthalte im All. Im Gemini-Programm waren unter anderem eben auch schon Astronauten beteiligt, die dann später beim Apollo-Programm dabei waren, unter anderem James Lovell, also natürlich weltbekannt durch Apollo 13 dann später geworden. Und Gemini 7 insofern eine besondere Mission, weil es die längste Gemini-Mission gewesen ist, denn Gemini 7 ist fast zwei Wochen, 14 Tage, 13 Tage, so und so viele Stunden und ein paar Zerdrückte im All geblieben. Und da ist genau das dann passiert, also wir werden das verlinken, ihr könnt euch dann das Gemini-Raumschiff auch mal anschauen, damit das dann deutlich wird. Die haben da im Wesentlichen nur drin sitzen können und man konnte diese Gemini-Raumschiffe öffnen, sodass man also auch Weltraumspaziergänge damit machen konnte, aber so richtig viel Platz gab es da nicht. Das war im Prinzip wie so ein Autocockpit. Ja, also man sah es da so recht schnuckelig drin, ja, schön ausgedrückt da in dieser Kapsel drin. Ja, und da ist dann tatsächlich so ein Urinbeutel geplatzt und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man sich in einer Schwerelosigkeit befindet und Urinbeutel platzt, dann Flüssigkeiten schweben. Und sie haben eben probiert, in dem gegebenen Zustand diese Flüssigkeitskügelchen einzufangen aus diesem geplatzten Beutel. Das ist aber nicht wirklich gut gelungen. Und James Lovell wird zitiert, dass es halt nicht so angenehm ist, weil sie... Also zwei Wochen auf dem Herrenklo. Möder mehr. Ein fliegendes Herrenklo. ...verbracht haben. Und es gibt, das habe ich allerdings nicht konsistent beschrieben gefunden, aber es gibt also mehrere Berichte darüber, dass insbesondere beim Gemini-Programm die Rettungstaucher, die dann die Kapseln geöffnet haben nach der Wasserung, dass denen doch ein durchaus sehr strenger Geruch entgegengeschlagen ist typischerweise. Und bei Gemini-7, die tatsächlich 14 Tage im All war, gibt es ein, zwei Berichte, die ich aber jetzt nicht verifizieren kann, dass der Taucher sich dann doch tatsächlich, nachdem er die Kapsel geöffnet hat, einmal erstmal ins Meer übergeben musste, weil es dann doch so streng gerochen hat. Man kann hier sagen, natürlich, die menschliche Nase in Verbindung mit dem Gehirn ein sehr adaptives Organ, was offensichtlich dann Gerüche auch ganz gut ausblenden kann. Aber auch hier sieht man wieder, das war schon auch jetzt nicht so super cool wie auf der Enterprise. Nee, sicherlich nicht. Und dass Astronauten auch nur Menschen sind und natürlich auch durch Unfälle, die auf anderen Missionen passiert sind, dann irgendwie auch emotional angegriffen waren. Das zeigt sich bei einer anderen Geschichte. Es gab eine Apollo-Mission, Apollo 7, wo fast ja sowas wie eine Art kleine Meuterei ausgebrochen ist, weil alle irgendwie scheiß Laune hatten und irgendwie emotional angegriffen waren. Und dann irgendwann kam es tatsächlich auch zur Situation, wo fast so etwas wie Insubordination vorgekommen ist. Ah, du spielst auf Wally, She-Ra und die Apollo-7-Missionen dann an, ne? Ja, das ist auch eine sehr verrückte Geschichte. Was passiert, wenn man einen Kettenraucher zum Astronauten macht? Ähm, der kann nicht rauchen an Bord eines Raumschiffs und wird dann ein bisschen cranky. Genau, und She-Ra war sowieso emotional so ein bisschen neben der Spur wie eigentlich alle in dieser Mission, weil ja es zu diesem schrecklichen Unfall gekommen ist, wo unter anderem Gus Grissom umgekommen ist. Also der Feuertod der Apollo-Astronauten, der hat natürlich auch einen Einfluss auf die emotionale Stabilität, also auch wenn es natürlich Profis waren, der folgenden Apollo-Missionen gehabt. Also man wäre kein Mensch, wenn man da nicht irgendwie mal drüber nachdenken würde. Und deswegen war die Stimmung auf dem Flug von Anfang an schon ziemlich angegriffen. Genau, also Wally, She-Ra, also grundsätzlich die Astronauten waren nicht, in der Regel nicht die allerbesten Freunde. Ich glaube die Crew von Apollo 12 mit Pete Conrad war die Crew, die am allermeisten befreundet war. Der Rest waren Profis, in der Regel ja bis auf Neil Armstrong alle im Militärdienst. Neil Armstrong ja eigentlich der einzige Zivilist, der zwar auch für das Militärtestflüge mitgemacht hat, aber eben kein Soldat war. Und She-Ra war allerdings eng befreundet mit Gus Grissom auch tatsächlich, der ja tragischerweise bei der Apollo-1-Mission verstorben ist. Und als dann Wally She-Ra das Kommando über Apollo 7 bekommen hat, eine Elftagesmission in der Erdumlaufbahn, um tatsächlich dann auch zu testen, ob drei Astronauten elf Tage lang an Bord der Kommandokapsel gut überleben können, hat er große Sicherheitsbedenken nicht gehabt, aber ein großes Sicherheitsgefühl für seine beiden Begleiter auf der Mission entwickelt und gesagt, ich bin hier Chef dieser Mission, ich bin für die Sicherheit dieser Mission verantwortlich. Und das stand ein bisschen im Widerspruch zu dem, was die Flight Control natürlich empfunden hat oder auch die NASA generell, denn letztendlich gab es natürlich einen Commander an Bord eines Raumschiffs im Rahmen des Apollo-Programms. Aber die Ansagen der Flight Control waren eigentlich Gesetz und das klappte bei Apollo 11 nicht so gut. Also She-Ra... Und dann hat er noch eine Erkältung gehabt, Kettenraucher, also es war alles nicht so wirklich toll. Genau, eine Kopfgrippe. Die Konsequenz daraus war natürlich, dass der Schleim in den Nebenhöhlen nicht rauskam. Er hatte kaum Möglichkeit, sich die Nase zu putzen. Das funktioniert im Weltall nicht so gut. Flüssigkeit sammelt sich eh mehr im Kopf in der Schwerelosigkeit. Das heißt, er war einfach schlecht drauf. Sie waren während des Fluges dann auch davon genervt, dass es gut 30 Minuten gedauert hat, ein menschliches Geschäft zu erledigen, weil die Raumanzüge so eng waren. Und als es dann am Ende darum ging, bei der Landung und dem Wiedereintritt von Apollo 7 die Helme aufzusetzen, hat She-Ra das verweigert und hat gesagt, wir werden die Helme nicht aufsetzen. Ich kriege eh kaum Luft. Und Flight Controller hat halt gesagt, ihr müsst das aber machen, falls es zu einer Dekompression kommen sollte, falls das Raumschiff an Dichtigkeit verliert und ihr den Helm nicht tragt, dann seid ihr eben tot. Und ihr müsst einfach diese Raumanzüge tragen, damit ihr nochmal eine eigene Atmosphäre hat. Und She-Ra hat dann tatsächlich das sich durchgesetzt. Die haben die Helme nicht getragen. Die Mission ist gelandet, erfolgreich. She-Ra ist dann hinterher auch ausgeschieden. Das war für ihn zu dem Zeitpunkt schon klar, dass er nicht mehr Bestandteil des Apollo-Programms ist. Er hat dann hinterher andere Missionen fürs Fernsehen kommentiert und auch so eine interessante Fußnote der Geschichte. Tatsächlich einen Werbevertrag mit einer Nasenspray-Firma hinterher gehabt, die dann den Kopf frei macht. Es hat hinterher tatsächlich nochmal eine Situation. Keine Nikotinpflaster? Das habe ich nicht gefunden. Hätte mich auch interessiert, ob sie eben noch Nikotinpflaster aufgeklebt haben. Es hat später nochmal eine Mission gegeben, wo es tatsächlich zu Schwierigkeiten gekommen ist. Das war im Rahmen der späteren Skylab-Missionen. Das waren ja so abgekapste Apollo-Missionen, wo man Teile der Saturn-5-Raketen dann zu einem großen Weltraumlabor umgebaut hat. Eben dem Skylab. Und ja, so ein Vorläufer der ISS oder auch der MIA tatsächlich. Auch das war so eine Folge des Apollo-Programms. Und Skylab 4 hat dann tatsächlich für einen Tag irgendwann die gesamte Crew, die Kommunikation mit Houston einfach abgestellt. Weil man ihnen ein so straffes Programm an Bord von Skylab 4 gegeben hat. So viele Experimente, die sie durchführen mussten. So viele Arbeitsschritte, dass die Astronauten dann irgendwann so gestresst waren von der konsequenten Arbeit in der Schwerelosigkeit, dass sie aus Protest für einen Tag die Kommunikation eingestellt haben und gestreikt haben. Wäre das jetzt schon ein Fall für Donald Trumps Space Force? Könnte man sich überlegen. Das hat sicherlich dann später nochmal dazu geführt, dass man mehr Ruhepausen eingebaut hat. Und natürlich die kostbare Zeit, die ein Mensch im Weltraum verbringt, hinter den Space Lab-Missionen des Space Shalts. Man wollte natürlich möglichst viel Arbeit in möglichst kurzer Zeit durchführen, hat aber dann auch eingesehen, dass die Astronauten auch gewisse Ruhepausen und Entspannungsphasen trotz allem brauchen. Ruhepausen, Schlafarrangements bei den Apollo-Missionen. Das wäre nochmal so ein ganz interessantes Thema, weil natürlich auch bei Apollo 11 die Frage war, kriegen die Astronauten auf dem Weg zum Mond und kurz vor der Landung und überhaupt noch so ein bisschen Schlaf? Das war wohl auch alles nicht so ganz einfach. Extrem schwierig, bei Apollo 11 tatsächlich haben die in dem Lunar Lander ja im Prinzip einer auf dem Boden und einer so halb auf dem Triebwerk liegend geschlafen oder auch nicht. Also sehr, sehr leichter Schlaf. Sie waren ungefähr insgesamt, wenn ich mich nicht ganz täusche, 22 Stunden auf der Mondoberfläche und sollten eigentlich acht Stunden schlafen, was nicht wirklich gut gelungen ist. Und sind danach gestartet und mussten sich wieder mit dem Mutterschiff koppeln. Da ist man dann schlauer geworden, NASA-seitig und hat dann in den späteren Missionen dafür gesorgt, dass es so eine Art Hängematten-System dann doch gab, sodass die in einem über Kreuz Positionen im Lunar Lander übernachten konnten, die Astronauten. Und man hat dann zugestimmt, dass sie Schlafmedikamente nehmen können, denn es war dann doch deutlich, dass sie vielleicht besser ausgeruht den Start und das Andock-Manöver durchführen sollten als völlig übernächtigt. Hier waren es eben Trained Professionals und es ist sowieso erstaunlich, dass sie das alles so hingekriegt haben. Auch die Landung selber mit 25 Sekunden Treibstoff, die noch irgendwie übrig waren, weil man erst einen neuen Landeplatz suchen musste, weil zu viele Felsbrocken auf dem eigentlichen geplanten Landeplatz waren. Also es ist alles völlig schräg irgendwie. Wir könnten noch Stunden so weitermachen. Ja, also sicherlich eines der Probleme. Michael Collins übrigens an Bord des Mutterschiffs bei der Apollo 11-Mission. Und wenn man ihn heute fragt, ist seine Aussage immer, dass er große Sorge gehabt hat, dass irgendwas schief läuft. Er hatte ja keinerlei Möglichkeit, also wenn irgendwas bei der Landung schief gegangen wäre oder der Fall eingetreten wäre, dass der Eagle, also die Ascent Stage des Eagles der Landefähre nicht hätte starten können, hätte Collins nichts machen können. Er war ihm, das war ja nicht dafür ausgerichtet, dass er auch kurz landet oder kurz runterfliegt. Und seine große Sorge war, wenn Armstrong und Aldrin etwas passiert auf der Mission, ist er immer noch in der Lage, alleine zurückzukehren zur Erde. Und das war seine größte Sorge, dass diese Mondmission oder Apollo 11 damit endet, dass er alleine zurückkehren muss zur Erde. Und was die Weltöffentlichkeit, die NASA und auch er selber verarbeiten wird dann. Was Präsident Nixon im Falle einer solchen Katastrophe dann gesagt hätte in einer Ansprache, das kann man übrigens auch im Netz nachlesen. Und das ist dieser Tage, wo, also jetzt wo wir aufnehmen den Podcast, ist natürlich auch das Jubiläum noch nicht fern. Das war gestern nämlich das Jubiläum der Mondlandung. Und zu diesem Anlass ging natürlich auch die Rede durchs Internet, die Nixon gehalten hätte, wenn die Astronauten nicht sicher zurückgekehrt wären. Genau, die ist also tatsächlich auch verfasst worden, man war natürlich auf alles vorbereitet, können wir gerne auch nochmal verlinken. Und kann man sich dann durchlesen, was denn Richard Nixon gesagt hätte, wenn die beiden Astronauten Armstrong und Aldrin nicht die Mondlandung überlebt hätten. Vielleicht nochmal einen Blick abschließend, also wir könnten, wie gesagt, stundenlang so weitermachen. Und wenn ihr sagt, das war super interessant, kommentiert gerne die Episode, vielleicht machen wir nochmal eine Nachfolge-Episode. Sag bloß, du hast noch mehr Geschichten. Es gibt einfach noch viel mehr Geschichten. Eine Geschichte, die ich vielleicht noch kurz erzählen möchte, weil die auch gezeigt hat, natürlich wie groß die Gefahr letztendlich war, dass Russland und Amerika sich nicht ausgetauscht haben, ist die Geschichte von Alexei Leonov, dem ersten Weltraumspaziergänger, der im März 1965 ja den ersten Weltraumspaziergang vollzogen hat. Und ja, heute gilt das als natürlich Meilenstein wiederum im Race to Space. Das Problem allerdings war dabei, dass Leonov um sein Leben gekämpft hat bei diesem Austritt, denn sein Anzug hatte sich in der absoluten Schwerelosigkeit so stark aufgebläht und war so steif geworden, dass er Schwierigkeiten hatte, zurück in sein Raumschiff zu kommen. Das hatte man nicht vorhergesehen und es ist ihm am Ende gelungen, dann doch wieder zurückzukehren in das Raumschiff. Aber es gab tatsächlich Funksprüche, die da sagten, ich schaffe es nicht, es geht nicht. Und natürlich wurde hinterher nur gefeiert, dass es diesen ersten Weltraumspaziergang gegeben hat. Das Problem dabei war, dass dann der spätere amerikanische erste Weltraumspaziergang mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Auch das hat geklappt natürlich, aber es wäre natürlich viel sicherer gewesen und natürlich umsichtiger gewesen, wenn die Amerikaner von den Problemen von Alexei Leonov gewusst hätten und sich darauf dann entsprechend vorbereitet hätten können. Aber so war man halt nicht drauf. Also das Problem hat es zwar dann bei der Mondlandung selber nicht mehr gegeben, aber Neil Armstrong hat trotzdem, das fand ich auch ganz interessant, erst mal sozusagen bevor er wirklich einen Stiefel oder Fuß oder wie auch immer auf die Mondoberfläche gesetzt hat, getestet hat, ob er wieder ins Lamm reinkommt. Genau, auch das ist gar nicht so wirklich bekannt. Wir kennen ja immer diesen Zusammenschnitt, wie er aussteigt aus der Mondfähre. Tatsächlich war er dort erstmal angeleint, damit Buzz Aldrin im Notfall mit einem Harnisch auch hätte wieder hochziehen können. Und die Leiter außen am Luna-Länder bedingt ist, dass man so einen kleinen Sprung machen musste, um dann auf so eine, ja, auf dieser Füße dieser Scheiben, auf die er dann ja stand, zu kommen. Und bevor er dann am Ende runtergetreten ist und den berühmten Giant Leap von Mankind vollzogen hat, wurde erstmal getestet, ob er denn überhaupt wieder auf die Leiter springen kann. Und das hatte auch seinen Grund, warum Aldrin zu diesem Zeitpunkt noch innerhalb der Mondfähre war und den Harnisch in der Hand hielt, weil es wäre natürlich denkbar blöd gewesen, wenn beide ausgestiegen wären und dann hätte man festgestellt, hups, wir kommen gar nicht mehr zurück. Also auch so eines der Probleme, wobei natürlich lustigerweise Aldrin dann sagte, ich mache das mal halbwegs zu die Tür, als er dann später ausgestiegen ist und alles gut war. Und Neil Armstrong ihm dann aber zufunkte, mach es aber nicht ganz so, damit wir wieder zurückkommen. Oh Gott, ich habe die Schlüssel drin gelassen. Und Aldrin sinngemäß sagte, ja, das wäre ziemlich albern. Also auch das zeigt so die Situation, die dann natürlich dort herrscht, die jetzt ja auch gescherzt haben nach dem Motto, schließ uns mal nicht aus, sonst kommen wir nicht zurück. Aber klar, also all das war natürlich genau und diffizil durchdesignt. Wir haben das heute durch die tradierten Fernsehübertragungen, YouTube-Ausschnitte, Radio-Übertragungen ein Stück weit verloren. Also dieser Ausstieg, die Leiter runter, das hat alles viel länger gedauert, als wir das heute kennen. Er hat dann ja auch noch die Klappe aufgemacht, damit die Kamera ihn filmen kann. Das musste er ja auch machen, um so seine Videobeschreibung zu finden. Guckt euch Apollo 11 an. Guckt es euch einfach an. Genau, du hast es mehrfach angesprochen, damit es da nicht zur Verwirrung führt. Apollo 11 ist ein Film, der in diesem Jahr 2019 erschienen ist, mit Archivaufnahmen, zum Großteil 70 Millimeter Aufnahmen, die ja nochmal sauber gemacht worden sind, die in ihrer Schärfe und Brillanz der Bilder und der Farben absolut eindrucksvoll wirken. Und der ganze Film hat eigentlich keinerlei fiktionalen Anteil, sondern er ist mit Originalkommentaren der Zeit, Originalfunksprüchen unterlegt. Da, wo es nicht anders geht, mit Grafiken. Das ist das Einzige, was angepasst wurde. Moderne Grafiken, die visualisieren, wie diese Mondmission funktioniert hat, Apollo 11. Aber ansonsten kommt dieser Film eigentlich damit aus, Funksprüche zu hören und am Ende letztendlich die Originalbilder zu sehen der Mondlandung. Absolut eindrucksvoll und auch heute noch Gänsehautfeeling. Da hört man dann übrigens auch, dass der Puls von Armstrong bei dieser Landung mit 25 Sekunden Reserve im Notfall dann doch bei 154 gelegen hat. Kein Wunder, das war knapp. Das war ziemlich knapp und wird ja dann auch von der Bodenstation kommentiert mit, einige sind schon blau im Gesicht gewesen und fangen jetzt wieder an zu atmen. Vielleicht ganz kurz nochmal für den Funkverkehr und dann, glaube ich, hören wir für heute mal einfach auf. Sonst würden wir einfach bis in alle Unendlichkeit weiterreden. Genau, was auch nicht bekannt, glaube ich, jedem ist, ist die Tatsache, dass der Houston, Houston, wir haben ein Problem, dass die einzige Person in diesem ganzen Zentrum mit den ganzen Monitoren, den ganzen Menschen mit Funkgeräten, die einzige Person, die dort direkt mit dem Raumschiff gesprochen hat, war sogenannte Capcom. So hieß diese Station und das war ein Astronaut aus dem Apollo-Programm und Capcom war die einzige Stelle, die Kontakt mit dem Raumschiff hatte. Und Gene Kranz, sicherlich allen Menschen bekannt, spätestens durch den Film Apollo 13, mit Ed Harris als Schauspieler, der dann Gene Kranz dargestellt hat, der ja durch seine Besonnenheit und durch seine Führung auch dafür gesorgt hat, ein ganzes Stück weit, dass diese Apollo 13-Mission glimpflich ausgegangen ist. Und es wird in dem Film nicht so deutlich, wie es eigentlich ist, dass Gene Kranz zum Beispiel nie direkt mit den Astronauten gesprochen hat, sondern Gene Kranz hat immer mit seinem Team und damit Capcom gesprochen und nur Capcom hat mit dem Raumschiff gesprochen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Das hat man absichtlich so gemacht, damit es eben nicht mehrere Funksprüche zum Raumschiff geben kann, damit die Astronauten immer genau eine Stimme haben, auf die sie sich beziehen können, genau eine Anweisung haben, auf die sie sich berufen können. Und wenn etwas unklar war und sie entschieden haben, war dann auch oft die Frage, Apollo Houston, was sollen wir machen? Und dann gab es häufig einfach von Capcom, mitunter wenn etwas noch geprüft werden musste, wir prüfen das. Und es war dann nicht so, dass verschiedene Stationen sich gemeldet haben, sondern Apollo Houston war immer Capcom, was angefunkt wurde und das hat man auch ganz absichtlich so entwickelt und aufgebaut. Ja, so, das war es erstmal in dem Zusammenhang. Eine Sache müssen wir allerdings noch auflösen und erzählen. Genau, die Geschichte gleich. Und wie gesagt, kommentiert mal, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, wir haben nicht alles jetzt erzählt, was wir rausgesucht haben. Es gibt noch Geschichten zum Mondrover und ganz, ganz viele andere Geschichten, falls ihr Interesse habt. Sagt Bescheid und dann machen wir nochmal irgendwann in absehbarer Zeit eine Folge und vielleicht kommentiert ihr auch mal, ob die Idee, Geschichten rund um die Mondlandung zu machen und nicht nochmal auf die Mondlandung einzugehen. Zumal wir das ja auch gemacht haben, insofern. So oder so. Genau, und jetzt wollen wir aber mal wissen, was hier mit den Größen es auf sich hatte. Die Auflösung Ja, war bei den Apollo-Missionen die Größe des Verbindungsstückes von Urinbeutel zu Astronautenkörper tatsächlich nicht mehr dann mit den normalen Größen, die man so kennt, Small, Medium und Large bezeichnet worden, sondern man hat, hat man dann tatsächlich andere Bezeichnungen gewählt, die ein bisschen schmeichelhafter wären. Diese Geschichte ist wohl tatsächlich belegbar. Also wir haben euch da keinen Bären aufgebunden. Sie ist allerdings doch ein bisschen vielschichtiger, als sie so teilweise kolportiert wird. Es gab einen gewissen Donald Rathke, der verantwortlich war für das Design dieses ganzen Systems mit Urinbeutel, kondomartiger Verbindung etc., den man auch den liebevollen Spitznamen Dr. Flasch gegeben hat. Und dem wird nachgesagt, er hat das auch selber teilweise behauptet, dass man eben diese Namen Small, Medium und Large dann doch verändert hätte, um ein bisschen schmeichelhafter zu sein. Und man hätte dann gesagt, Large, Gigantic und Humongous. Das wird von Michael Collins, dem Astronauten der Apollo 11 Mission, der nicht auf dem Mond spazieren gegangen ist, so nicht ganz bestätigt. Also er meint zwar, das sei schon irgendwie ein Problem gewesen. Und wie er das beschreibt, ist eigentlich auch schon ganz interessant, weil Michael Collins sagt, ja klar ist das für Astronauten wichtig, dass diese Verbindung irgendwie nicht zu locker und nicht zu fest ist. Wenn man sich die falsche Größe, also eine zu kleine Größe aussucht, dann wird alles abgeklemmt und man kann nicht aufs Klo gehen und läuft dann irgendwann, wie er es so schön beschreibt, gelb an, weil man halt nicht urinieren kann. Ist auch nicht so toll, wenn man es zu groß wählt, auch nicht so toll, weil dann hast du irgendwann die ganze Bescherung überall, da wo du so nicht haben willst und nicht im Urinbeutel. Also das ist natürlich nicht so toll. Und dann sagt Michael Collins, natürlich spielt da auch so ein bisschen das Ego eine Rolle. Und natürlich ist das für Astronauten jetzt nicht so super schmeichelhaft, da Small nehmen zu müssen, auch wenn ein vernünftiger, bodenständiger Astronaut durchaus einfach die richtige Größe auswählt, egal wie sie heißt. Michael Collins hat dann gesagt, also offizielle Größenbeschreibungen, die geändert wurden von der NASA gab es dann natürlich nicht, aber es gab so inoffizielle Bezeichnungen, die dann doch eben nicht Small, Medium und Large lauteten, sondern er hat dann gesagt, also man hat dann generell gesagt, so unter den Astronauten und so weiter, Extra, Large, Immense und Unbelievable. Das ist ja immerhin schon mal nicht ganz so blöd wie Small, Medium und Large. Hm, also so ein Medium stimmt. Ja, also ein kleines, ja, 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 genau. Wir wackeln gerade mit den Händen, die wir hören, ihr seht das nicht, wir wackeln uns gerade mit den Händen zu. So semi-war, die Geschichte. Aber meistens war, also überwiegend. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, kann ich an der Stelle sagen. Wie gesagt, kommentiert mal, interessiert uns, wie euch diese Folge gefallen hat, was ihr dazu sagt, dass wir das so aufbereitet haben. Ähm, gibt diesen Monat natürlich noch eine weitere Folge, die wir schon in Vorbereitung haben. Vielen, vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle wieder an neue Patreons, die uns unterstützen, an Menschen, die neue Daueraufträge eingerichtet haben, die tatsächlich uns helfen, dem Ziel näher zu kommen. Wir müssen mal wieder einen Kassensturz machen. Äh, in der letzten Episode habe ich gesagt, dass uns noch rund 200 Euro an sicheren Monatseinnahmen fehlen. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden. Äh, wir müssen einfach mal so ein bisschen schauen, der eine oder andere hört dann auf, der eine oder andere steigt ein, uns zu unterstützen. Wir halten euch da gerne auf dem Laufenden immer mal wieder, wie der aktuelle Stand ist. Aber im Moment, ähm, sind wir immerhin davon beeindruckt, dass wir das Ziel jetzt schon erreicht haben und, ähm, wir jetzt uns langsam einem Jahr ohne Hoaxilla-TV nähern und es uns immer noch gibt und wir immer noch, ähm, da sein können mit eurer Unterstützung. Und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr dann Nachfolge haben wollt, können wir den gerne demnächst mal wieder liefern. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch da draußen alles Gute und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss! Der Hoaxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön! Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info at hoaxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.